hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von raft guten tag spielekaiser oder frau spielekaiser wie sie möchten nein ich gebe dir mal hier du bist der baulkönig natürlich wir müssen hier ich habe ganze fünf planken ist natürlich übersichtlich das ist ja schon mal so einiges drauf wer ist hier dick ich nicht ich hab das nicht so ja lass uns den sender jetzt bauen also das sollte das primäre ziel sein im finger im finger sechs planken und leiterplatten leiterplatten das dürfte ja nicht so schwierig sein was ich denke da kupferbarn wie viel braun war wie viel leiterplatten meine ich zwei was lieber eine batterie brauche ich mache schon eine batterie das gut so die ist schon mal da dann geht nicht aber man schrotten leiterplatten 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 also die inseln wir brauchen wir fahren glaube ich nicht richtig machen wir sind wir haben dieses segel noch umgedreht deswegen kommen wir von der insel nicht weg wo ist der abgas wo ist der abgas planken ohne ende planken war doch eben hier jetzt das auch ähnliche richtung ein bisschen steiler ist es jetzt planten sport bolzen übrigens haben die zuschauer gesagt in den letzten folgen wenn man ton so schlecht also der ja sonst sehr gut ist ja mal der ventilator in das mikrofon reingeprüstet hat verstehst du genau und hat immer reingeföhnt ja um lang meine axt und die eine palme wegzumachen die ist noch gar nicht reif wenn ja ist die kannst du noch nicht fällen wir haben keine planken für für feuer da kommt material insgesamt blanken blanken not series material coming straight towards us we try to talk this episodes often we try to talk english cause if anybody switch on our german episodes of raft okay ich lass das ist da können wir mal ein thema ansprechen mit englisch wenn wir hier so ein bisschen sammeln und so weiter ich lese immer wieder in den kommentaren dass leute schreiben das spiel gibt sich in deutsch das kauf ich mir nicht ihr verpasst so viele gute spiele es gibt leute die können kein englisch kann ich verstehen da kann ich absolut nachvollziehen entweder bis eine ältere generation oder bis zum beispiel im osten geboren hat man ja meistens russisch gelernt in der schule statt englisch oder aus welchen gründen man auch immer kein englisch sprechen kann es geht ja auch nicht um das flüssige sprechen der sprache sondern es geht ja darum dass man begrifflichkeiten sich vielleicht auch übersetzt natürlich spielt man natürlich spielt man jetzt kein spiel in rpg oder so was würde ich in englisch auch ungern spielen mir fällt englisch selber schwer wie jedem englisch schwer fällt wenn man es nicht wirklich flüssig spricht und versteht vor allen dingen aber ich finde ein spiel was ein geiles spielprinzip hat auf seite zu legen weil es nicht in deutsch kommt es ist finde ich ein bisschen schade weil man verpasst halt wirklich gute spiele und die entwicklungskosten um noch eine deutsche übersetzung reinzubringen ist halt kostet geld translation ist oft von der community übersetzt zum beispiel wird aufgemacht also ganz viele projekte entweder packen sie google translate aus wurde dann denkst du kann man anders lösen hätte das mal wieder sein gelassen ja genau das wird dann meist schlimmer als es vorher ist so weißt du für exit dann so flucht wie oft hat man das ja also das ist dann meist ein bisschen dämlich also ich merke dass ich glaube ich lieber bock habe einen kreativ modus zu bauen also was willst du hier noch was willst du hier bauen nein irgendwas abgefahrenes zu bauen im kreativ modus also was klar kann man dieses boot geiler machen ja du kannst jetzt anfangen du kannst die sachen sammeln um es außen anzupinseln weißt du und irgendwie so um mein ax kaputt also verstehst was ich meine also ich finde wenn man jetzt irgendwie geil kreativ baut dann weiß ich nicht ob es notwendig ist die zeit des kreativen bauens raus zu zögern weil man das material aufs material wartet ja das ist ein überlebensmodus mehr sondern der kreativ modus und das haben ja auch einige gesagt dass wir sehen und ich hatte schon bock lieber wenn wir hier sagen wir mal ein bisschen was erreicht haben also sommer das einigermaßen hübsch gemacht haben nicht so wie das letzte mal dass wir dann vielleicht leeren kreativ modus wechseln und da und wie jack ja du kannst schon mit informieren ich habe zum beispiel gesehen einer hat ein fettes piratenschiff gebaut und solche sachen so was so ein projekt sollte man sich schon überlegen also ob man das nicht mal ausprobiert man kann seilzaun bauen ja du kannst der hat zum beispiel der hat hier mit diesen schrägen die hat er zum beispiel nach also stell dir vor dass hier diese schräge vom dach das ist praktisch die außenwand also weißt du das boot läuft den und spitz zu und das hat er zum beispiel genutzt da hat er oben eine foundation hingesetzt und so weiter also man kann da schon kreativ sein meines erachtens wo halt ideen und da kommt ihr ins spiel nein wir brauchen nicht die enterprise nach nein aber wir können zumindest mal probieren mal gucken das ist ja nach lust und laune oder mal eine schränkung man sagt man das ding darf maximal dreimal drei groß sein und wie man da was man daraus bauen kann das ist auch eine idee das ist eine coole idee aber das müssen wir mal bauen wieder drauflegen also wenn du wasser brauchst muss das wasser ding hinstellen danach musst du dann er wir können es aber nur kreativ modus machen weil das problem ist ab einer gewissen höhe sparen wirklich gar nichts mehr ich war noch nicht in die höhe zu bauen einfach nur drei mal drei nicht größer und da kannst du gehen ja das ist ein bisschen schwierig meinst du ja ja aber das finde ich jetzt ja findest du spannend okay ihr könnt ihr mal eure meinen kommentare schauen was ihr so viele ideen habt ja habe ich ansichtssache genau am ende mal drei mal drei da muss echt aufpassen dass der high nicht dazwischen punkt weißt du also ich selber so eine baubegrenzung zu geben weil heraus also oder gefahr hat sie jetzt gar nicht mehr naja gut im endeffekt ist es ich glaube es macht jetzt auch auf dauer keinen sinn dass wir hier irgendwie versuchen krampf hat irgendwie content herbeizuführen aber ich finde schon dass wir dieses los auf jeden fall mal hübsch machen sollten das ist so im kleinen bereich wo palmen sind im bereich wohnen das fände ich finde ich schon ganz schön also gucken aber wir sollten natürlich auch nicht herzwingen irgendwie hier folge für folge zu machen nur weil es der zuschauer will sondern wir müssen ja auch bock haben das ist ja wichtig vielleicht kommt ja was kreatives von euch ihr seid jetzt schuld wenn es nichts kommt ich würde mir halt irgendwie ein ausborder wünschen weißt du das hier mit gas games power boot rafting irgendwas es ist halt mit der zeit ich glaube das merkt man auch so ein bisschen in den zuschauer zahlen nicht zu doch zuschauer zahlen dass das natürlich irgendwann durch ist ja genau absolut aber bitte schreibt mal dazu eure meine kommentare das würde mich sehr interessieren da wir brauchen unbedingt wieder in der insel hat auch das ja ja sind sender bauen wäre noch was hübsches ne krimis dahinter folge ach so ja wir brauchen drei antennen ich glaube wir brauchen viel zu viel schrott so kann das sein genau ich habe nämlich nur ein schröckchen lanken acht klanken dann könnte ich den habe ich habe ich empfänger bauen hier wollen empfänger ist doch ich schmeißen die hin was okay du hast doch die batterie ne war du drauf da oben ich brauche platz was war dann werfen wir die batterie auch bitte hin okay dann setze ich mich auf wie bist du auch auf dem anker ich bin ja da sehr gut palmer lässt mich nicht vorbei die palmer bist du da hoch kommen hier auf dem seitenstück ja ja auch hier mit oben sagt so fahrtrichtung ist mehr so schräg das ist egal wir setzen sender ein zwei schrott batterie ist auch drin einfach hier das probleme mehr antennen oder ist schon eine cool eine ich brauche noch ein schrott einfach nur schrott gerdrude ist da ich habe sie nicht bin so doof ich habe zwei schrott hilft nicht wie aus bei 222 brauche ich noch mal eine antenne machen hier ich finde das schon erwähnt davon ist ne das so ein nicht eine insel wäre es also bloß linke seite aber es ist nicht interessant ja das ist nichts tolles meinten ja manchmal ist schrott bin in den dingern halt okay aber in den fässern kann auch schrott sein das ist ja schrott die wortspiele werden auch nicht schwächer einmal schrott wie viel schrott brauchst du überhaupt für eine antenne ich muss noch eine leiterplatte machen und dafür brauche ich ich weiß wieder rein ich glaube er hat ein stück rausgebissen ich brauche vier schrott für die nächste antenne wird sie in diesem fass sein das sehen wir in den nächsten ane ein so weit sind wir nicht da war gar kein schrott drin haben wir das segel zur ärmer wir müssen doch gleich die insel kommen oder nicht ja sollte ich gern mal den horizont bei meinem mit meinen augenwinkeln sozusagen wir haben nicht den bogen gebaut ich finde den bogen mal interessant dass wir den mal zeigen ja was kommen wir denn und klopft menge klipper und so weiter glibber 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 so bolzen hätte ich genug ich meine bogen ist ich finde bogen halt nicht sinnig irgendwie aber da du mal zu schließen ist schon sie nicht ja irgendjemand sagte dass er länger weg bleibt wenn man wenn man den bogen baut ok also wenn den bogen beschießt so rum nicht mehr baut ich habe bogen weil er angst hat eingeschüchtert also 17 klipper habe ich hier 17 ganzen dinge und kannst bogen machen nehmen muss erstmal einschmelzen da kommt der insel es ist aber nur ein riff ist keine richtige insel ja so gut aber wir fahren direkt auf zu kommen wird fertig hier kriegen wir entbogen die folge noch könnte sein wenn das eisen mal durchschmilzt schmilze schmilze da kommt das erste da kommt so sagt da kommt so da ja dann kannst du schon mal ein köder machen ja nein vielleicht glaube ich habe kein angel mehr und keine fische dazu aus als noch fischer wieso versuche ich denn immer diesen köder ich bin ja auch dem lack so zwei planke zufällig hier für die antwort ja ja da die mit dem eisen da das langt aber nicht ich muss angeln kannst du mal dieses ding war da ich drehe ein bisschen weit weg oder ein bisschen zogen ja ich nehme noch hoch direkt straight on verfahren aber vorbei kann dann sein ja okay und und raus guck mal hier da kannst du ja ins wasser gucken das ist ja ein träumchen wie der lichter sagen würde also ich angele mal schnell dass wir noch die fische kriegen ein träumchen wie sieht es aus mit dem bogen kriegen wir den zum ende erwartet doch ich mache ein bisschen druck wie sieht es aus mit dem bogen ich habe das noch nie so gesehen am vater ich habe sehr sehr viele planken brauchen wir wie viel ich habe zwanzig pro bogen sechs ja dann ja komm her da man schickt den bogen ja aber erst noch ein bisschen glibber aber das wird es meldet gleich gezahlt ist aber noch mal muss aber jack ist es kann man in kommentaren dass die leute oft nicht an diesen kleinen dingern hier anhalten an den kleinen riffen weil sie denken da ist nicht so viel dabei ist manchmal im untergrund wesentlich mehr als bei einer anderen insel jubb jetzt hat das voll am durchdrehen ja bitte geil ist es ja ein sportbogen da sind ein bisschen quatsch aber mal kurz agathe ist ja man schießt ab schießt ab zwei möwen hier hatte mal eine feile oder so ne du hast nicht gemacht ein habe ich erwischt und jackie mein stab ist kaputt mein stab ist kaputt feiler ne hast du ganz oben stein feilt ist über der axt steine endlich mal sehen jawohl so viele ausgelassen oh gott haben wir in vier öfnen ist auf jeden fall eine gute idee gewesen ja das ist super so so achtung achtung hier noch mal steine pfeile da brauchen wir planken ohne ende ja die habe ich jetzt also jetzt habe ich keine mehr gedacht hier sind drei pfeile schon mal naja es langt ja um das mal zu zeigen wo sind er zum check schießen genau er kommt durch oder kann ich jetzt endlich was muss ich eine angeln verdammt immer das falsche raus dass die brasse man müsste einen faden dran man damit angeln und triffst ihn jawohl aber richtig drin ist denn das eigentlich denn immer in diesen falschen fisch anscheinend ja da drin gesteckt bleibt er drin dauerhaft wo sind hin jackie komm mal her akupunktur ist gut für ein wo sei denn ist er weg oder bleibt aber echt lange weg jetzt habe ich habe einen köder sehr gut ich glaube das ist das was jemand schrieb mit dem feil und bogen ja das ist total dämlich dass du dann die linke maustaste drücken muss und und greift nicht an aber kann sie wieder rausnehmen die pfeile aus dem hai hier ich lege mein köder raus ich habe mein köder hier ausgelegt das ist geil oder wasser ich komme unter wasser wo sind die pfeile die haben aber keine die treiben ab nach unten die stecken alle neben drin geil das ist wie beim bullen reiten so ungefähr ich sammle mal schrott kümmert sich um jackie was ist denn jetzt los ich dachte du hast den griff ja ja der fein ist daneben gegangen entschuldigung er kommt wieder ich glaube auf den high verschließen wenn er wegschwimmt macht alle zwei meter unter wasser der fliegt nicht so weit mir gedacht wäre ein bisschen unrealistisch da war ich geil aus wenn er kommt und dann kriegt er schön den pfeil in die fritzel ob ich das mit dem screenshot hinkriege oh oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott 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 ... look 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 ... ich würde sagen wir machen in der nächsten folge weiter und nein ich bin nicht tot ich bin noch hab es noch gepackt ok das sieht geil aus das war echt cool von außen sah das geil dass die den pfeil gespannt hat und der high kam so straight nach oben ich habe jetzt leider kein Screenshot gemacht. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir Jack noch ein bisschen piercen, ein bisschen Akkupunktur, weil Jack will das Rauchen aufhören und wir müssen ihn überzeugen. Ja, der mag das. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge von Raft. Das war die letzte Folge in dieser Aufnahmesession von uns und wir sehen uns erst am Mittwoch wieder, denn wir haben gesagt, Dienstag und Donnerstag keine Folge. Oh, warte mal. Einmal von hier oben. Ja. Ob das geht. Yay! Jawohl. Ist auch ganz cool, den mit dem Haikürtel anzulocken und anzuballern, ne? Ja, überhaupt. Wie auch immer, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zur nächsten Folge von Raft. Macht's gut, bis dahin. Hashtag Robin Hood. Robin Hood, das ist ein sehr guter Hashtag, sehr guter. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.